Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Lego Harry Potter Jahr 1 bis 4. Auch heute wieder mit dabei. Jungser! Genau. Wir drücken jetzt eine Taste auf den Controller. Und dann drücken wir die grüne Taste. Und dann drücken wir nochmal die grüne Taste. Und nochmal. Damit ich mir loslegen könne. Und nochmal. Ja, es war jetzt wieder eine lange Pause. Muss ich bestehen. Ganz richtig. Weil die Depression wieder ein bisschen. Aber jetzt heute mit Jonathan, da er heute wieder ein bisschen krank ist. Machen wir weiter Harry. Wir sind im Jahr 4. Und ich schätze mal, dass wir so ungefähr die Hälfte fertig haben. Von Jahr 4 meinst du? Von Jahr 4, ja. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch auf uns zu tun ist. Ich habe nämlich schon wieder die Hälfte vergessen. Eigentlich habe ich komplett fast alles vergessen. Das kann so nicht mehr da gehen, guys. Das kann so nicht mehr da gehen, guys. Das kann so nicht mehr da gehen. Du kannst ja auch vorgehen und gucken, wo... Sollen wir denn die Zauberstunden fassen? Hatten wir die vorhin auch schon draußen? Boah, ist das ein egriges Wetter draußen. Es regnet. Fast so wie hier. Das war ja nur für Schuljahr 3. Weil die ähm... Da ist die dicke Dame und die ähm... Da brauche ich einen Zauber für. Ja. Da wäre ich ein Zeiss, das ist eine Kostelle für. Immer weiße! Ich bin so ein bisschen aufgeln, man. Es geht das nicht. Wir spüren einfach gleich jetzt. Genau, wir miten. Das hat nicht nur noch母ang. Und wir öffnen sind uns nicht schon ein paar Tage. Wir spüren einfach. Chus Thai und espermach Cleanse geschehen. Wir spüren Solo. Wir spüren einfach. Musik 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 Na, komm her, blauher. Boah, mit dieser Route ist schon ein bisschen kass. Ey, ich muss mal gucken. Das war doch mal allein nicht überspringen. Oh, schade. 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 Oh, schade unterschwiegen wir schwedern. InACEQ, in Aki ist, wir uns das geschehen. Oh, schade, affordable. Oh, schade Programme. Soll ich den Start? Das ist super. Stimmt, weil ich spiele manchmal ein Spiel mit Opa, da darf man auch nicht rausspüren. Da darf man auch nicht so weit auspüren und dann nicht so weit in den Frühstück. Da muss ich dann nur bis hier. Dann soll der runterklappen. Der Minilita. Pass auf. 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 So, wo geht's? Jetzt ganz klar, schlafen wir alles fest. Oh, wo geht's? Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Er, was? Es ist ein Schatz. Ich habe das Schatz. Das war's für heute. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Was ist das? Was ist das? Das ist jetzt die 2 Tauchstab. Die enemy ist ja nicht. Ehh... Jep! Ehh, ich habe nicht mehr Zeit. Ehh, ich habe nicht mehr Zeit. Ehh... Ehh... Äh, okay, ich weiß man auch da. Hey! 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 Okay. Uh, BF? Okay. Ich glaube, du trägst dann aus, damit die Luft nicht bei den Steinen entdeckt wird. Okay, noch mal. So, wo muss ich jetzt wieder... Ich werde weg sein, damit der Garten... ... und die Garten... ... und die Garten... ... und die Garten... Ich habe kein Garten... ... und die 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 Garten... Ich habe eine Kugel, ich habe eine Kugel. Ich habe der Kugel ihre Perle gegeben. Ich habe eine Kugel, ich habe eine Kugel, ich habe eine Kugel. Ich habe eine Kugel, ich habe eine Kugel, ich habe eine Kugel. Der Schatz ist aber auch jemand, der einem wichtig ist. Und der eine, die Hype auf das weiß ich das nämlich wieder, das ist einer von der anderen Schule. Der hat sich als ein Hype auf der Schule damit er etwas daran bekommt. Und er hat sich mit Hermine verhalten. Deswegen war sein Schatz sozusagen Hermine. Und ich glaube Wirus und Ronnen hätten, weil Ronnen ja der beste Freund von Hermes. Aber ich weiß nicht, das hätte auch sein das für Genie-Rettungs. Oh, okay. Oh, okay. Rettungs- Lief an uns Puppern. Äh, weil ich es ins Erdänen bin. Oh, mach das! Ja! Hihihi! Ciao! Ah! Ah! Hihihi! Oh... Haha. Huh. 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 Huh! Huh? Huh! Huh! Ja, wir machen doch wohl nicht so eine, weil wir den so lange nicht mehr aufgenommen haben. Das stimmt. Massen wir uns mal ein bisschen wieder.